Okay, du hast nicht mal ein Auto kaputt gefahren, oder? Sie sieht aus wie der von One Direction. Ich hab's übertoned. Na, kommst du da vom Golftonieren? Ja. Schön. Moin, wie sind Sie da? Moin, Moin. Aus der Nähe von Osnabrück. Wir machen schon ewig lange Musik zusammen. Wir sind als Kumpels aus der Schule. Und ja, haben jetzt hier in Hamburg unser erstes Musikvideo. Das Schmach? Wir sind glücklich. Wir haben erstmal ein Jubiläß. Wir haben jetzt hier in Hamburg gesessen. Räaah! GPaak! Tis macht.. Ich hab schon. Wir sind auf uns. Ja, sicher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also in dem Song geht es darum, dass sich zwei Menschen voneinander distanziert haben. Sie haben sich auseinandergelebt und es ist halt schwierig für sie, sich wieder zusammenzufinden. In Zeiten mit Höhen und Tiefen verbunden. Und das Ganze wird halt irgendwie auch dargestellt. Ich muss gerade von der Taube wegfüllen. Ah, schön. Felix, jetzt so ein krassen Gehen. Möchtest du ein Save-Man dazu abgeben, wie wie im Dick's Wecker gerade von einer Taube auf den Kopf geschissen wurde? Richtig, richtig geil. Sehr schön.